neues spiel in diesem jahr wie wunderbar es heißt party animal ich teste es mal mal schauen ob es was ist da muss ich mir alles zustimmen wie create ok autorisierung schauen wir mal kommt da noch was oder ist es ok es ist von 20 23 zurzeit ein renner mal schauen was geboten ist mit karte ist das nicht selber ok 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 dann schauen wir mal was da los ist bei diesem spiel Schau mit Maus nach links und rechts, dann schauen wir mal, ob das passt. Okay, was möcht ich denn laschen? Sehr gut, öffne den Käfig. Okay, okay, aha, das ist mit dem rechten, da kann man drehen und mit dem anderen gehen, okay, okay, so läuft das Spiel. Oh, Schelerin. Oh, 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 Scheisse, da muss man aufpassen. was muss ich machen y springen ok upsala so war das y springen das war nicht heute die rt was ist würfel aufzuheben was weiß würfel was muss der weiße würfel mit dem weiß würfel aufzunehmen wo ist der weiße würfel auf den ah da ist er sie einfach die tür klack ok brah mal wieder werfen mit der t ruck und hat man mit dem wirfelschamp marke das reicht für dich und das war ich so wenig schwung noch mal weißen würfel also mit dem wo ich den ups das war nicht so gut vielleicht wo sie den irgendwo da reinstellen von den sprung rüberkommen könnte funktionieren ob wir es mal einfach du darfst du den brei noch bin ich so schwach was ist mit dem los, hab ich schmeißen muss ich da noch was ist denn das für ein spielchen, da muss man ja viel können bei dem spiel oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass es sich Ah, fast. Nochmal mit Hauruck. Jetzt da, super. Und komm ich da noch hoch? Oder breiter mehr Schwung mit Laufen? Laufen, was man Laufen mit? Ich hab schon wieder vergessen, was Laufen war. Nee, so war's nicht. Was war Laufen? Das war Laufen, glaub ich, gell? So war's, genau. Ui, Hilfe, der mag mich nicht, der Typ. Mach, tust du mir Aua machen? Danke, lass mich lieber rennen. Was muss ich machen mit dir? Tanz mir. Komm, Rüderchen, tanz mit mir. Aua, du machst mir Aua. Wo kann ich denn da noch hinlaufen? Da geht's nicht. No Entry. Oh, das schaut nicht gut aus. No Entry. Wo bin ich denn da? Oh. Was ist denn hier? Hier ist doch, hier ist das Nichts. Das große Nichts. Da gehen wir wieder. Im großen Nichts ist Nichts. Oh. Hippie. Yay, bin schon wieder weg. Und hoch. Was muss ich da machen mit Y über die Plattform klappen? M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Gut. Ups, da muss ich festhalten. Hä? Wie soll das funktionieren? Habe ich den ganzen Tag geschaut? wie komme ich da hoch mit übsel und halte übsel während du das netz festhält festhalten war mit mit dem so war das ok so war das ok was ist denn da los da hat es mich jetzt runtergebröselt wo muss ich denn jetzt hin jetzt bin ich unten druck da geht es nicht weiter und hilfe 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 wo gehst denn da hin das ist lustig tralalalala ob sie laut salala das ist aber lustig ich komme jetzt darauf wieder ach das leid das ist sehr gut das muss ich da werden die leiter fest als die plattform war das mal mit dem gehör so war das das breit man sich wieder rennen wahrscheinlich oder mit dem komischen teil da rennen war mit dem glaube ich geh und springen damit übsel an war scheiße so nicht wo schon gerade laufen ja ich bin noch ein bisschen zu deppert für das spiel sie schon rennen war das und mit übseln rasen ok machen wir mal lieber ein bisschen gerade das war so früh noch ein bisschen rennen das war richtig jetzt bin ich beim fernsehmann im fernsehstudio servus grüste hallo 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 gerade noch durch Ups, da ging es ja runter, habe ich ganz vergessen, zum Hupfen. Aua, du machst mir Aua, Aua, du bist ein böser Mensch. Das war ein Hund. Das war ein Hund, der hat mich gebissen. Terminator 6000 activated, Defenses are now online. Ups, das war knapp. Ob, scheisse, heilige scheisse, hei, Aua, böser, böse Katze, böse rote Katze. Terminator 6000 activated, Defenses are now online. Ups, da muss ich nicht gehen, da muss ich gehen. Und, hopps, und Lomme laufen, 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 wo ist die böse Katze, laufen, 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 laufen. Ui, wann muss ich denn da noch hoch, scheisse, die böse Katze kommt. Aua, du machst mir weh. Das ist ja nicht schön von dir. Das ist ja nicht schön von dir. Yippie, jay, und dann nochmal, yippie, jay, und dann, wo war jetzt, wie war jetzt mit dem Hochkletter? Ich hab's schon wieder vergessen, mit x, glaub ich, war das, gell? Y, oder nah mit y? Scheisse, wie war jetzt schnell wieder mit dem? Aua, wie war jetzt, klettern schon wieder, jetzt hab ich's schon wieder vergessen. Oh mein Gott, alles Alzheimer. Scheiss halt Alzheimer, du hast mich ja nicht einmal geduschen. Oh, Aua, Aua, schon wieder Genickbruch. Das Fritzspiel ist ja brutal, ist doch kein Kinderspiel. Bin doch viel zu alt dafür schon. Yippie, jay, und jippie, jay, und wie war jetzt das mit dem Halten schnell wieder? Y, irgendwas mit y war das. Ich hab's schon wieder vergessen. Halten war mit... Nee, sowas nicht. Aua, das ist der Haupt... Das geht immer so schnell. Ups. Wie war denn das, du Halten? Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich weiß es nicht, wie es geht. Ich bin zu blöd dafür. Aua, du tust mal wieder weh. Hau mal die Daten auf den Kopf drauf, du. Wie war es schon festhalten mit X, oder? Nee, so nicht. Wie war ein... Halte, Y, wenn du dich festhattest. Was war ein festhalten schnell wieder? Wie war festhalten mit... Mit dieser Boxen. Hey, 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 Kind, komm jetzt, mach keinen Blödsinn, gell? Ich bin... Du kannst mir ja gleich kaputt machen da. Aua machst du mir, gell? So geht's nicht, gell? Ich raste jetzt davon. Ha, ha, edgy bitch, edgy bitch, edgy bitch. Ich bin schneller. Edgy bitch. Ja, hau mir auf den Bauch. Das tut weh. Was hab ich da, schreibt der ZR plus BY. Was muss ich machen mit Z und BRY? Ich weiß noch nicht, was ich da machen muss. Ich weiß nicht mehr mit Z, hab ich... Oh, au, au, jetzt haben wir... Jetzt haben wir aufgehängt. Hilfe, er... Es tut weh, es tut weh, Hilfe. Lass mir meine Ruhe da, du blöder Mann. Blah, 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 edgy bitchy, du wischst mich nicht, edgy bitch. Du wischst mich nicht, edgy bitch, du wischst mich nicht. Scheiße. Alles tut... Uh, du haust mich dauernd in die Fresse. Edgy bitch, edgy bitch. Edgy bitch, du wischst mich nicht, edgy bitch. Ich bin schneller wie du. Ha, ha. Oh, au, 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 jetzt wird's eng, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng, 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 eng. Oh, 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 jetzt bin ich tot. Ja, was machen wir jetzt da? Ha, 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 ich lebe noch. Ups. Oh, jetzt ist aber alle. Ha, 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 hu, 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 hu. Aua, 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 ich habe ein Bubu gehauen. Hochziehen, wie geht denn das? Ich brauche Hilfe, Hilfe. Ich kann nur nicht laufen und davonlaufen. Wie geht das Spiel? Aua, Aua, Aua. Was willst du für eine Taste drücken, weil ich mich wieder festhalte? In der Taste Y drücken. Hinten und hinten, ja? Ja, das Festhalten ist nicht einfach. Schnell hoch, hochdrücken und immer Y drücken, Y drücken, hochziehen. Immer so hoch, wie in Echten. Hoch, 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 du schaffst das. Das ist schwierig, ja? Ja, das ist schwierig. Also das war die hintere Taste. Wie hat man das? Ich schaff, danke mein Sohn. Danke mein Sohn, du hast mir aus der Patsche geholfen. Du kannst das Spiel, ich noch nicht. RT, was war RT? Ich kenne nicht mehr die Tasten. RT ist der Hebel. Ruck, ups. Zieh den Hebel und was mache ich denn? Hundekuchen, was? Ich habe ein paar Hundekuchen für dich. Nochmal, ein paar Hundekuchen. Ich will auch einen Hundekuchen. Wo ist der Hundekuchen? Ups, bin schon ganz besoffen vor lauter Hundekuchen. Warum geht das so schwer, der Hebel? Soll ich da reinfallen? Uh, scheiße, jetzt hast du mich rausgeschmissen. Wo bin ich denn? Hey, hey, Krokodilus. Oh, du bist böse. Du machst mir auch Auer, Krokodilus. Lass mir meine Ruhe. Krokodilus. Krokodilus. Beiß mir nicht in den Popo. Das mag ich gar nicht, wenn du mir in den Popo beißt. Krokodilus. Ups. Scheiße, da geht es weiter runter. Auer. Wir haben erst noch nicht gebrochen. Ich gehe mal lieber dahinter, Krokodilus. Oh, wo sind wir denn da? Krokodilus. Lass mich schlafen, Krokodilus. Wo bin ich denn da? Auch runtergefallen. Krokodilus. Dann gehen wir hier rüber. Auer. Oh, 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 Krokodilus. Bin ja auch tot. Wo kann ich denn da noch irgendwie hin verschwenden? Gibt es da vielleicht vor? Nee, auch nicht gut. Auch zu weit runter. Ja, Krokodilus. Was machen wir denn? Kann man da ziehen? Oh, eine Drohne. Was ist denn da los? Ich habe mir wehgetan. Was ist denn da los mit der Drohne? Hilfe. Herausforderung. Okay, Abschlusszeit. Manche Spieler stellen sich tot. Aha. Kann ich das auch? Kann ich das auch mich totstellen? Erfolg freigeschaltet. Was ist das? Anwenden. Leg deinen Namen fest. Ich bin nicht der Ashen Harry. Bin ich nicht. Nee, nee, das war ich noch nie der Ashen Harry. Ich bin... Beautiful. Oh, passt nicht rein. Beautiful Life. Was machen wir denn? Dann bin ich... Was bin ich denn? Dann was bin ich denn? Wer bin ich denn überhaupt? Aber ich darf nur einmal... Ja, dann bin ich... Let's play beautiful. Weil live hat er nicht mehr Platz. Dann bin ich... Let's play... Leerzeichen und Symbole nicht erlaubt. Okay. Das ist schlecht. Dann machen wir es... So. Ich bin der Husky. Husky gefällt mir gut. Schnellsuche. Dann machen wir mal eine schnelle Suche. Die Friend Pass hat eine Einladung eines Spielers. Oh, da kann ich gar nicht spielen. Mit meinem Friend Pass. Oh, 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 oh. Da muss ich ein Spielers... Was kann ich denn da machen? Da brauche ich ja wen. Kaufen kann man sich auch noch was. Ich habe ja nichts zum Geld. Das kostet alles viel Geld. Dann habe ich jetzt wahrscheinlich... Jetzt freischalten. Was kann ich denn da freischalten? Also... So ist es dann. Dabei geht nichts. Also auf klar Deutsch... Heißt es... Man kann mit dem Friend Pass fast nichts machen. Also danke für den Test des Spielers. Naja. So, so dann... Gibt es natürlich noch... Einen kleinen Key. So, habt ihr ihn gesehen. Für euch alle. Und... Was machen wir noch? Eigene Spiel. Kann ich auch nicht. Ich kann nur wo beitreten. Und wen brauche ich da? Wer will da mit mir spielen? Kann ich da irgendwas suchen? Das ist wieder richtig lustig. Das ist ja ein schöner Schmarrn. Das ist das Profil. Willkommen in der Party. Okay. Ja, das habe ich auch gemacht. Also sie wollen auf klar Deutsch... Ich soll das ganze Spiel kaufen. Also... Nicht so zu empfehlen. Also wer schickt mir das Spiel... Gratis. Vielleicht ist der Toil... Haben wir gespielt... Und das war's wohl. So, was machen wir denn da jetzt? Da kommen wir jetzt nirgends mehr hin. Online-Emotes, ja. Anwenden. Was habe ich denn noch bekommen? Vierstufe bis 1500. Also auf klar Deutsch war's das wohl. Man braucht wen zum Spielen zuvor man da... Im Friend Pass nehmen kann. Also ihr wisst es. Holt euch einen Freund. Wer ist da da? Und möchte mit mir spielen? Was ist das? Objekte? Mir gibt's auch nichts. Ich hab's jetzt nicht gecheckt. Wenn man da... Also wer ladt mich ein? Kann er da? Also... Ihr kennt ja meine... Steam-Kennung. www.beautiful-life.de Ich nehme neue Freunde an. Ladt mich euch ein. Wenn einer noch live da ist. Kann er mir doch. Kann er mir doch? Kann er mir doch... Kann er mir doch? Ja, ich weiß auch nur, wer hat das, ich muss mal schauen, ob irgendwer von meinen Freunden das Spiel hat, muss ich mal schauen, ob der wer da ist. Der Wunsch ist nicht viel, ja, das hätten wir hier noch alles können online, da einer ist online. Ja, also, das wird ein neuer Start werden, schätze ich mal, vielleicht. Also, wenn euch das Spiel gefallen hat, nächstes Mal probiere ich es online zu spielen. Bis bald, euer Mike von Beautiful Life. Servus. Servus. Servus.